und nehmen die Reckmann auf dem Special hier ist der Spiegel hoch ist das Ländler die Hauverschluckt es ist eigentlich schon wieder ein Special wenn du ein Video machst, statt wenn ich ein Video mache oh je warum tut's doch nicht jetzt sag ich ja zu den Silo oh die Karte stimmt ja mal sonst weise ja wenn ich das mal sehen würde Silo so wie gesagt das ist ja unruhig aber auch nicht vergessen entgegen zuerst ich hätte sich hier laufen oder kommen dass ich mir nicht gelaufen doch ich bin nach rechts und rechts und links ich habe sie mit um die Falschum gezeichnet um ist falsch herum gestorben und anwuchs ist eine große Bau und in den Mitteln naja wo ich mir einmal einen ersten Zettel das ist immer noch der Gruselwitz um sich wenn man spielt sie man nicht mal was kann wohin immer zuerst direkt links gehen kann er nicht kommen was nicht mehr zettel ist unmöglich ja woanders geht es auch nicht hin noch mal links ich muss aber nicht Dank dir Meister Ich hoffe, dass wir hier Wasser nicht mehr an den Dreh, oder? Du doch! Nö, wir brauchen keinen. Ne, ich brauchen keinen. Hauptsache raus, Jun. Wer ist das große Licht da drin? Hier ist immer was ein Zettel. Ich habe ihn beim letzten Mal nie gefunden. Was ist jetzt genau in der Mitte? So, gut. Können Sie sich jetzt nicht? Ne, ich werde hier auch noch Zelle finden. Ne, ich finde sie nicht. Komm auf die andere Seite. Ich hatte jetzt Angst. Geh hier nicht weg, bis den Zettel hast. Geh nicht jetzt rum. Geh nach links. Geh nach links. Geh jetzt noch! Geh nicht schon auf dem Weg drauf. Es könnte schon mal verhe говорят. Und das sind Zettel damit. Kein Wunder, dass er eine nur eine Mal schafft. Da ist der Stein, da ist der nächste Zettel. Steinde. Da! Ja! wenn er hat man sich in der Bibliothek die Einladung schön weiter und da ist die Prozent von einem Platz doch einfach ins Land ein Karmache es ist ja gern um um der Hälfte die Jahre durch die Klinik das ist der Weg ab und das ist auch noch mal wie groß um wobei er tun werden um die Schichter anzunehmen also auf der Karte brauchen die eine Zeichnung bei den Steinen ein neues auf der anderen Karte braucht einer eine Zeichnung ja ich weiß, aber man weiß ja nicht wo es alles ist wenn man die zweite Seite ist ich will es auch nicht hoch bleiben klar habe ich wie gesagt ein View mehr ruft mal gescheitende, wenn du die Abzweigungen siehst wie viele Seiten hast du? ein da die Mauer des DEFREES dann sieht man ja doch schon mal aufhören dass sein linker Lautsprecher irgendwie bisschen spackt das war jetzt so was vom Rechtsort das liegt immer an die Kabel wird also ein bisschen die Mauer hab ich auch noch nie gefunden ich schon in meinen ersten Porteien auch da ich nicht rede ich habe wieder nie weit gespielt nee nicht wirklich einmal einmal, was wir als ein paar Mal haben, wenn ich selber Senderteile gemacht da hat der Sandro sogar noch gespielt echt? dass du gesagt, nee lass doch mal nie was so gruselig nee vielleicht wegen zwei schon mal guter Anfang, was für mich noch mal Silo die komischen Stämme der Vergangenheit die Höhe ist ein Ding oder? ja die, die, die kommt von mir aus zuletzt, kommen jetzt nach links nach links hier, aber nach links das ist die Stämme der Vergangenheit da da schreckt du ja, weil du mal die Karte angucken musst oh ich hab irgendwie, dass die Sender mit oh nein was war's denn jetzt? ich muss aber direkt auf den rechten Weg weil ich kann ja nicht gerade ausziehen weil wenn ich jetzt, äh, da lang gehen, wo ich jetzt lang gehen wäre wäre es nämlich ein bisschen scheiße gewesen weil da, da ist ich ja, ich folge es weiter dem Weg und das fehlt dann doch du musst doch so den großen Baum stammen, der im Moment mal an der Erwesel aber den Schuhe, die gibt's ja auch noch ich weiß, Sender, das ist ja am besten, Alter der kommt nämlich, äh, der kommt dem, ja der muss nach da, glaub ich dann wird das eigentlich dieselbe, oder? ne, gruseliger mit mehr, da ist er oh, siehst du nicht? er spiegelt sich er spiegelt sich zum ersten Mal, ich mal ein paar Cent noch, wenn was drauf steht du musst das mal lesen scheiß auf lesen, einer höher, ein paar Cent mehr schaffen vier von acht und wie schaust du mir dieses Fremde? Fremde? wie heißen jemand noch nicht? Fremde? WAAAH! WAAAH! Alter! der ist allein in der Baum! wirklich? ja! soll ich weiterbekommen? ja, du hast verloren, dann kam doch schon das Geräusch, dass du verloren hast, oder nicht? nein, das ist immer nur so, wenn der sich weiteren währt wohnst du dich um? Alter, hab ich mich erschreckt, Alter, um mich ich hab grad grad... ich hab ja nichts mehr gesehen Alter, der ist halt auf einmal hinterm Baum! 분 annngl Du scheißherr, hier hab ich jetzt nicht erhöhnen wohnst du doch schon Ja, jetzt muss ich eigentlich hier weiten, gerade außen und dann nach rechts. Und dann muss ich zu dem Fahrgestell kommen. Und dann muss er noch ein Zettel... Ja, ja, die Autos... Da ist kein Zettel. Och, das sind zwei Autos. Einmal da, wo der Container mitsteht und einmal... Da ist er aber nicht immer ein Zettel. Äh, in diesem Teil kann ich es dann noch zum Glück nicht umdrehen. In diesem Teil ist er nämlich ziemlich klein. In diesem Teil ist er noch ziemlich klein. Das ist eigentlich die beste Version vom Wald, die sie gemacht haben. Das ist auch die einzige, die sie gemacht haben. Nö, es geht noch 9.6, 9.7 und 9.5. Du warst jetzt hier nicht 9.5. Wie ist 9.7? Weiß ich, ohne Nebel. Ist ja scheiße. Und 9.6? Och, ohne. Kommt immer drauf an, bei 9.6 ist es zum Beispiel aggressiver. Bei 9.7 ist es auch ein bisschen höher gelegt. Da ist auch wie ein Fahrgestell. Die Schwannungsteigen ist hier zu nicht. Ja, bam, taucht er vorher direkt auf die Stelle. Ich glaube, ich sollte nicht mal sprinten. Sprinte mal. Ich höre das Nachdruck. Oh, hier habe ich angefangen. Geh's mir wieder nach rechts. Wie hast du denn angefangen? Ja, hier soll er zauen. Ja, wow. Als soll ich das young. Geh einfach geradeaus, dann kommst du in den großen Baumstamm. Hier? Ne, dann gleich. Ja, genau, geh lang. Ich habe keine Angst, Alter, dass er jetzt hier direkt um die Ecke steht. Du musst jetzt sagen, zum großen Baumstamm. Und zu einem Silo. Guck mal, ob ich Slender irgendwo sehe, in der Baumstamm vielleicht. Da ist der große Baum. Wo? Da. Oh ja, den Gefreis Slender-Mod auch. Da ist immer ein Zettel, das weiß ich. Eigentlich ist er meistens, links da rum auf der anderen Seite. Ja, ja, ich bin jetzt, äh... Ja, wo, wäre ich so gekommen? Ja, ich weiß, dass es da mal dahinter steht. Sieht irgendwie so slenderlich aus. Der Baum sieht richtig nicht aus. Oh, jetzt schmackt's von mir. Einmal kommt sie direkt vor mir. Ich weiß nicht, dass die wieder aus dem Spiel rausfliegen ist, weißt du noch? Ne, das war bloß, weil ich die falsche Hassetutage habe. Komm, nehm ich doch, nehm ich doch! Also, wo geht denn das so? Sicher ist es wissen, aber ich glaube, erst mal weiter. Ja, mich um ihn zugelegt! Ja, ich hab mich umgedreht! Ich hab's genau gesehen! Ich kann doch klatschen!